Ingwershots sind super lecker, darum zeige ich dir jetzt, wie du sie mit dem Mixer und mit dem Entsafter ganz einfach selbst machen kannst. Dabei habe ich verschiedene Rezepte für dich, von klassisch bis etwas spezieller, also bleib gerne bis zum Ende dran. Der Vorteil, die Ingwershots selber zu machen, liegt darin, dass du weißt, was drin ist und dass sie auch noch viel günstiger sind, als wenn du so fertige Ingwershots im Supermarkt kaufst. Jetzt fangen wir aber auch direkt an mit dem Rezept für den Mixer. Wenn du direkt zum Entsafterrezept springen willst, kannst du das über die Videokapitel tun. Für das Grundrezept brauchst du 2 Orangen, 2 Zitronen, einen Apfel und 200 Gramm Ingwer. Dann kannst du erstmal den Apfel waschen und den Ingwer kannst du auch waschen, weil Bio-Ingwer muss man nicht unbedingt schälen. Jetzt schneidest du den Ingwer in kleine Stücke und gibst den dann in den Mixer. Und mit dem Apfel machst du genau das gleiche. Klein schneiden und in den Mixer geben. Die beiden Zitronen und die beiden Orangen kannst du jetzt noch auspressen und den Saft danach auch noch in den Mixer geben. Jetzt haben wir alle Zutaten zusammen und müssen das Ganze nur noch mixen. Am besten so gründlich wie es geht. Jetzt haben wir erstmal so eine Pampe, die kann man noch nicht so wirklich trinken. Deswegen nehmen wir eine Schüssel, geben so ein feines Sieb drüber und geben die ganze Pampe da rein. Und dann tropft auch schon ein bisschen was raus und den Rest können wir mit einem Löffel einfach da rauspressen. Übrig bleiben dann nur noch die festen Bestandteile und in der Schüssel sind die Ingwer-Shots. Den kannst du jetzt erstmal probieren. Wenn er dir aber zu scharf ist, kannst du das Ganze auch noch mit ein bisschen Honig oder Agavendicksaft süßen. Und dann heißt es Ingwer-Shot genießen oder in den Kühlschrank stellen. Jetzt kommen wir zum Grundrezept für den Entsafter. Wenn du die Spezialrezepte sehen willst, dann kannst du auch mit den Videokapiteln überspringen. Für das Entsafter-Grundrezept brauchst du auch 200 Gramm Ingwer, 2 Orangen, 2 Zitronen und einen Apfel. Als erstes solltest du den Apfel und den Ingwer gründlich waschen. Bio-Ingwer muss man nämlich nicht unbedingt schälen, das reicht wenn man den abwäscht. Dann kannst du die beiden Orangen und die beiden Zitronen schälen. Und anschließend alle Zutaten in Stücke schneiden. Die Stücke sollten dabei eben so groß sein, dass sie gut in deinen Entsafter passen. Und dann heißt es eigentlich nur noch entsaften. Ich benutze dafür den Angel Juicer, damit geht das Ganze nämlich viel leichter als mit dem Mixer. Und außerdem hat man auch eine viel höhere Saftausbeute. Besonders der Angel Juicer hat eine sehr sehr gute Saftausbeute. Das sieht man daran, dass der Trester, der hinten rauskommt, sehr sehr trocken ist. Da ist also nicht mehr viel Saft übrig. Das ganze Gerät ist aus Edelstahl, also super super wertig. Und auch die Reinigung vom Angel Juicer geht super easy und schnell. Das ist einer der wichtigsten Punkte für mich. Ich habe den Entsafter in ungefähr 3 Minuten sauber und die Teile können auch in die Spülmaschine. Wenn du jetzt Interesse am Angel Juicer hast, dann schau mal in den Link in der Beschreibung. Wenn du bei deiner Bestellung den Code NAVI eingibst, dann kriegst du außerdem noch einen kleinen Vorteil. Was genau dieser Vorteil ist, kann sich von Zeit zu Zeit ändern. So, jetzt ist unser Ingwer-Shot fertig. Probier ihn gerne mal und wenn er dir zu scharf ist, kannst du mit etwas Honig oder Agavendicksaft nachsüßen. Ich fülle meine Ingwer-Shots dann immer in so kleine Marmeladengläser ab. So kann ich sie nämlich einfrieren und portionsweise wieder auftauen. Du kannst sie aber auch in eine Flasche abfüllen und einige Tage im Kühlschrank aufbewahren. So, und jetzt kommen wir noch zu meinen 3 Spezialrezepten. Ich zeige dir die Rezepte alle mit dem Entsafter. Wenn du sie aber mit dem Mixer machen willst, dann mach es einfach wie im Grundrezept. Für das erste Rezept brauchen wir 200 Gramm Ingwer, 2 Kiwis, ein paar Stängel Minze, 2 Orangen und 2 Zitronen. Als erstes schälen wir die Kiwis und dann machen wir die Minzblätter von den Stängeln ab. Die Zitrusfrüchte kannst du wieder schälen, wenn du es mit dem Entsafter machst oder auspressen, wenn du es mit dem Mixer machst. Dann schneiden wir wieder alles klein und bereiten den Ingwer-Shot zu. Fertig ist unser Kiwi-Ingwer-Shot mit einer kleinen Minznote. Für das zweite Rezept tauschen wir 30 Gramm Ingwer mit 30 Gramm Kurkuma aus. Den Kurkuma kannst du ebenfalls waschen, wenn er bio ist, schälen musst du ihn nicht. Und dann machen wir alles genau gleich wie im Grundrezept. Die Farbe vom Kurkuma-Ingwer-Shot ist auf jeden Fall satt orange. Und fürs dritte Spezialrezept brauchst du 250 Gramm Ananas, 2 Orangen, 2 Zitronen und wieder 200 Gramm Ingwer. Die Ananas musst du natürlich erstmal schälen, den Strunk kannst du aber mitbenutzen. Und dann bereiten wir das Ganze wieder wie im Grundrezept zu. Und fertig ist unser Ingwer-Shot mit leichter Ananas-Note. Ich hoffe das Video hat dir gefallen und wie gesagt, check mal die Angel-Juice ab. Mit dem Code NAVI kriegst du einen kleinen Vorteil bei der Bestellung. Hier kommst du jetzt noch zu einem weiteren Video von mir. Abonnier auch gerne den Kanal, wenn du keine Videos zum Thema Ernährung mehr verpassen willst.